SADAME HELL Weil Ja Das ist halt Oh man Boah 63 Ah hier hinter wieder Oder was ja Okay dann ist das hier Bonus Definitiv Ah Was 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 Wer denn Links oder was Ah Nicht gesehen Nicht gesehen Nicht erwartet auch dass da eine Ist Oh man Ja Wenn ich jetzt rumdreht ist sie fällig So und Yes nein Dann kickst sie halt runter Oder so Dann Ja Weg mit dir Mann Ah das war nicht lang genug gewartet Aber hier könnte ich runter Will ich das Will ich da runter Ist jetzt die Frage ne Ja mach ich einfach mal komm Ey das ist geil Ey das ist geil Geiler Trick also Hä bin ich das wieder Ne ok Ne ich dachte schon Geiler Trick um diesen Um diesen Aufprall zu vermeiden Einfach runter rollen Oh Oh Alles klar Dann gehts ja mal weiter einfach Ah ok Ja So ich Ah da sind Geister Die kenn ich noch von Dings Ah Von Rikimaru Ja Die kenn ich noch von Rikimaru Weiß kann ich die mit Ayama auch killen Ich hoffe es mal ne Ich muss da auf jeden Fall hin also Kann ich die killen Nein Doch ich kann sie killen Aber die hat mich entdeckt Das ist das Problem Der hat mich entdeckt das ist das Problem Ah nein Ah Fies Was Fies Hier kann man rein Hier kann man rein Ok ja Dann hole ich Äh was ist das Ah das ist dieses Explosionsmaterial Das ist das was ich brauche ne So dann Krieg ich mal da rein bitte So Äh ich komm da nicht rein Warum komm ich da nicht rein Hallo Keine Ahnung Keine Ahnung Naja Irgendwie muss ich da doch Hä Oh Gott Boah Alter Schwede So Ah hier ist der Eingang Alles klar ich verstehe Gut Hier ist ne Ah doch Jetzt bin ich hier hinter Alles klar Box of Explosives Sehr schön Die haben wir Also das ist TNT Oh Gott ey Ich bin echt mal auf die Statistik gleich gespannt Wenn das hier zu Ende ist Mal gucken gleich Ah da sind Items Da sind Items drauf und da unten sind Gegner Das wollte ich jetzt zwar nicht Aber ist egal Nichts passiert So So was das sind Zwei Medipacks Der Geist ist da vorne Oh Gott Das ist echt spannend gerade ne Frage ist Wie rum steht denn der da jetzt So ich muss nämlich aufpassen Ich muss echt aufpassen Der stand glaube ich eben richtig rum Ja ja So Wenn der sich jetzt nochmal rum dreht Ah er steht wieder richtig rum Aber ich trau mich wieder nicht hinzulaufen Ich bin ein bisschen feige was das angeht Ja jetzt dreht er sich Jetzt dreht er sich nämlich rum Genau jetzt dreht er sich nämlich rum Ey Ey Es ist immer so ne Verarsche hier Ja und jetzt Ah Oh mein Gott Ja dann Ah Ah Was macht der denn Ja dann bekämpf ihn halt Dann bekämpf ihn halt Ach man Es war wieder so klar Mann Dumm ist viel Es war wieder so klar Komm geh ich bisschen nah dran Dann Äh Ja Dreht er sich rum Blöd gelaufen Da hab ich hinten wieder einen Hund gesehen Wieder so einen Hund den ich nicht töten kann Warum auch immer Ah Was Warum Ich muss mich ja hier ganz langsam fortgewegen Das habe ich ja beim letzten Mal schmerzlich erfahren Dass äh Oh Gott Dass das halt auch Geräusche macht wenn ich auf dem Wasser rumlaufe Rumlatsche ne Aber wie soll ich das denn machen Holy shit Dieser scheiß Hund da ja Dumm 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 Du bist so geil hier So aber ich freu mich echt wie ich das machen soll hier Mit dem Hund da So Okay Ja das war wieder blöd Ich weiß Aber Ich finde das mal wieder hier draußen Erstmal bisschen warten bis die sich beruhigt haben Ah Oh man Boah Boah das Das schaffe ich nicht Da muss ich erstmal sehen Da hinten killen Einmal hier drauf bleiben So Hä Hä Was Was Wo denn Wo denn Ach dieser scheiß Hund Ja Aber hier komme ich raus Das ist schon mal gut Das sind zwei Geister Alter Wie soll ich das machen Hä Wie soll ich das denn machen Alter Ne Oh Gott Was Wer sieht mich denn da Dieser Hund da oder was Der hat doch eine extreme Weitsicht finde ich Alter Das ist ja gemein Wie soll ich das denn machen Oh das ist heftig hier Ich habe keine Granaten mehr Ich habe eigentlich keine Items mehr Äh die ich dafür verwenden kann Ich gehe mal wieder hier Ich probiere es nochmal Ich probiere es einfach Nein, 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 nein Oh das ist doch Ey das ist heftig Das ist heftig hier Das ist ja krass hier Alter Das ist ja so ein Scheißhund Den ich nicht treffe Doch, den treffe ich Alles klar Den treffe ich Alles klar So, das Vieh ist tot So, dann kann ich jetzt Und wo die Geister machen Alter Schwede Das war krass Das war ein krasser Bereich So Wo ist er denn? Der Scheißgeist Ah, dahinten Was macht denn der jetzt hier im Wasser? Nein! Das Das geht doch nicht Oh man ey Uff Alter Schwede Ah, geh weg Ah, geh weg Geh weg Ah Boah Boah, ist das schwer Halleluja Das ist echt nicht einfach, du Das ist echt nicht einfach, Freunde Aber das ist ja auch kein Kindergeburtstag Ne? Das hier ist ja Thanks to the wrath of heaven So Das hier ist definitiv kein Kindergeburtstag Ah, Moment mal Ich kann da hinten noch rein Das ist, boah Ich kann doch hier hinten rein Da ist nämlich Da ist zwar der nächste Gegner Aber ich kann mich doch von hinten ein bisschen anschleichen Da Jaaa So Ah 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 Komm Und Und Geil Okay Der war schon mal gut Wichtig, Alter Der war wichtig So Ja, hier muss ich alles im Rollen machen Das ist das halt, ne Wo ist der nächste? Da Da ist der nächste, alles klar So Dann Kommt der näher? Oder geht der weg? Er hat sich schon mal rum Nein! Hä? Das ist doch so ein Hä? Das ist doch so ein Stein gewesen, wo ich mich drauf gestellt hab Was soll denn das jetzt? Das ist doch echt Verarsche irgendwie grad Ich bin auf dem Stein gelaufen Ha! Oh Gott, und ein Abgrund Oh Scheiße Ja, das ist wieder Ich bin eben auf dem Stein gelaufen und da Hat das Wasser geklungen Also irgendwas ist hier grad extrem verpackt Oder? Das macht keinen Sinn Das macht einfach keinen Sinn Wenn man auf dem Stein läuft, dass dann das Wassergeräusch kommt Hallo? Hallo? Der ist jetzt Oh man Ich glaub Geht der zurück auf seine Route? Ja Ich glaube schon, oder? Ja! Gott sei Dank! Hä? Was ist das denn? Er hätte was fallen lassen Keine Ahnung So, hier ist nämlich ein Abgrund So, hier ist nämlich ein Abgrund Und hier hinter ist vielleicht noch ein Bonus Ein Bonus Ein Bonus in Form von Gegnern Oder was? Ja, kann sein, ja So, die Stelle hätte ich gew- Oh! Oh mein Gott Nee? Okay, das ist kein Abgrund Das ist kein Abgrund Sehr schön Okay Tausend Mal nachgespielt, die Kacke jetzt Aber was willst du machen? Wir sind halt Abgründe, ne? Hier ist auch wieder, oder? Oh, oh! Bis? Genau Die Bucke ist doch geil hier Spring ich jetzt mal da hinten dran? Nee, geht nicht, okay Naja, das ist egal Da ist nichts passiert Ich hang mich einfach hier fest Loser Ha! Ich glaub, diese Giftschwerter benutze ich mal beim Endgegner Mal gucken Was die so bringen, ne? Vielleicht hab ich die nämlich nur einmal, das ist das Problem, ja? So Sehr schön So, dann drehst du dich mal rum Alles klar, so Wenn ich mal wieder einen Stealth kille, ey So, okay, da komm ich ja her Ja, dann Kann ich jetzt mich auf den Weg machen, ne? Ich glaub, das ist sowieso hier Ja, hier oben ist das Schaut mal Und Yes, sehr schön So, ich muss mich einmal kurz kratzen Na, die Statistik ist nicht so doll Ich seh schon kommen Aber egal Äh, warum sag ich, ich schaff's irgendwie Also Großmeister und Ninja-Experte definitiv nicht Wo ist denn der jetzt? Wo ist denn der jetzt? Ah, der ist dahinter Alles klar, ich verstehe Hinter dieser Wand hier So, dann Ah, sehr schön Da ist sie doch Ist da noch einer? Nö, da ist keiner mehr Alles klar, dann So So Das sollte ja noch reichen Ja Bis 50 ist das Jaja, genau Bis 50 seht ihr So, 49 So Dann Nein, warum? Warum dreht sie sich so schnell um? Warum dreht sie sich so schnell um? Warum dreht sie sich so schnell? Das kann doch nicht wahr sein Hä? Hä? Oh Gott Oh Gott Wie soll ich jetzt hier rauskommen, wenn die sich ja nicht festhält? Jetzt halte ich da fest Nee, macht sie nicht Die hält sich nicht fest Warum hält die sich nicht fest? Hallo, Ayame Halt dich doch mal bitte da fest So, ich glaube So rum, oder? Die hält sich nicht fest Warum hält die sich nicht fest? Sag mal Nö, keine Ahnung Äh Dann muss ich hier raus Wieder Oh man, wieder alles von vorne machen Ja, ist egal Besser als nochmal entdeckt zu werden So Ich komme hier nicht mehr raus Oder hier Ah, hier komme ich raus Alles klar Hä? Wie komme ich hier raus? Das verstehe ich Ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht von dem Spiel, ganz ehrlich Ich fühle mich gerade ein bisschen verscheißert Ich komme hier nicht raus Warum komme ich hier nicht raus? Sag mal Ja, dann kill ich die jetzt so Ist mir scheißegal Ich muss mich gar nicht so kurz konzentrieren hier Boah ey Boah ey Ja, das ist irgendwie, irgendwie scheiße gerade Warum? Das Spiel hat mich wieder verarscht So Wie komme ich jetzt hier raus? Ich muss mich dann so hangeln Oh, wie blöd ey Das war ja eine richtige Miesstelle Ah, okay Aber ich muss sowieso hier hin Hier muss ich hin Muss ich das hier machen oder was? Hä? Ah ne, nur ein Stück weiter rechts Hier? Nö, hä? Muss ich jetzt wieder hier hoch? Ah, da hoch Ah, alles klar Ich verstehe Hier ist so ein Indiana Jones Ball Hahaha Dü, 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 dü Dü, dü, dü Genau So Ja So Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir Oh mein Gott Boah, okay krass Da geht's bestimmt noch mal weiter, oder? So wie ich das Spiel kenne Ah, die Statistik wird wieder blöd Hä? Ah, jetzt So Statistik wird wieder mies Aber Keine Ahnung, ich hab wieder mein Bestes gegeben, halt So Oh The wall shatters And the path to Tenrai's fortress opens Just at that moment A Shikigami strikes Sekia Oh Sekia Sekia Oh I I'm done for Hofgoda The princess Save them I must go Of course Sekia No No Shit Sekia Hmm Death is only a part of life Not an end A new checkpoint A checkpoint At which we say goodbye to our friends here on earth And say hello To hell Du hast ihn verletzt. Jetzt bekommst du die Konsequenzen. So, mal gucken. Wieso ich? Wieso werde ich vergiftet? Hä? Wieso werde ich vergiftet? Was soll das? Ich kann die... Ah, alles klar. So, weiter, 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 weiter. Oh, ey, alter Schwede. Einfach weiter drauf. Einfach weiter drauf. So. So, der ist tot. Und jetzt die Tante dahinten. Und jetzt die. Hey! Was, was, was ist das denn? Was geht mit der ab? Ah! Was, der Teufel? Ja, die verschwindet wieder. Wie soll ich sie denn kriegen? Hä? Hey, wie soll ich sie kriegen? Ja, dann... Dann hier! Oh Gott! So, alter Schwede. Wo ist sie denn jetzt rausgekommen? Wo ist sie rausgekommen? Hey! Da! Ja, wär doch alles ab! Wär doch alles ab! Ja, und am... Am... Am anderen Ende, ey. Natürlich. Ja, die ist ja an sich nicht schlimm. Aber... Äh... Was macht die da? So. Ey! Kann die mal aufhören? Wie soll ich die denn kriegen so? Das glaube ich ja jetzt nicht. Und jetzt aber... Dann wär die auch noch alles ab direkt. Ey! Das kann doch jetzt nicht sein. Das kann doch jetzt nicht sein! Ich treff die gar nicht, oder was? Ich, die wär alles ab. Die wär alles ab, ey. Oh, die macht immer das gleiche. Was ist das für eine, Alter? Ey! Ich krieg die nicht! Oh! Nerv nicht, Alter! Die... Dann wär die alles ab! Puh! So. Trink mal das! So, dann muss ich das echt mal... Wo ist die? Alter! Ich kann nix machen, ey! Wenn die sich immer scheiße weg teleportiert. Alter! Alter! Will ich mich verarschen? Die will ich grad echt verarschen, irgendwie. Ey! Was soll das? Was... Was soll das denn? Hä? Ne. Ne. Ja, Schlag! Dann jetzt hier... Ja, ich hab sie! Endlich! So. Dann direkt hier. So. Und dann... Weg mit dir! Lang genug gedauert jetzt. So. Das Blut? Mein Blut? Nein! Doch! Das kann nicht sein! Jetzt hast du Eternity, um zu entschuldigen, was du getan hast. Normale Kills 9? Echt? Okay, krass. Egal, immerhin Ninja, also... Ja. Dann hab ich wieder einen Blas rausbekommen, sehr schön. Ja. Gut, dann... Schauen wir uns mal die nächste Cutscene an. So. Oh ja, speichern noch, ganz dringend. Ich mach auch vorsichtshalber noch Safes für die Technik. So. So. Hm. 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 Er dankt euch für eure Wettbewerbe und entscheidet, eine Strategie mit seinen Männern zu halten. Er kommt ein paar Stunden später zurück. Der Plan ist, dass er erst einen E-Win in den Liedern aus dem Inneren sendet, um den Liedern aus dem Inneren zu töten. Du musst das Fortressen infiltrieren und die Feindler aus dem Inneren erweitern. Ich arbeite das und lade es dann Schritt für Schritt diese Woche hoch. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn die Statistik mittelmäßig ist. Aber immerhin nicht zack oder so, da bin ich schon mal stolz drauf. Dann würde ich sagen, freue ich mich über Feedback und Likes oder Abos. Ich wünsche euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ciao, ciao!